Der 14. Sommer. Jetzt Sonntag, Leute. Heute ist Sonntag. Heute ist eigentlich Schon-Tag, aber in solch einem Spiel kann man sich nicht schonen. Nee, aber ich kann den Fläschchen geben. Nee, nee. Interagieren. Ein bisschen streicheln, ein bisschen knuddeln. Da muss ich noch mal ganz kurz auf den Kalender gucken, was wir heute alles so machen müssen. Also dann können wir auch mal gleich gucken, ob wir wieder irgendwas vorproduzieren können. Die guten Morgenumarmung bekend ich nicht. Okay. Okay. Der Quatsch war uns mal nicht voll. Okay. 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 dann wollen wir dem baby noch was gutes tun das hier normale metallkiste packen wir die erstmal hier rein vielleicht nicht dass sie mein inventar vollmüllen willi nuri vielen dank fürs folgen und noch mal ein herzliches willkommen auch von mir ich nehme von bord ich habe entschieden zu lassen wendy hier in fordchen du hast nicht gegenseitigt? nein, in Wahrheit könnte es für die beste. Ich habe mit ihr gesprochen, sie ist eine sehr schöne Person Wenn wir sie zurück in Atara zurückkommen, wird sie wahrscheinlich durch alle Erfahrungen geben, um die Allianz zu schützen. Ich würde glauben, dass wir besser als das, nach dem Age of Darkness sind. Ich werde es auf den Konsolen erklären. Es ist unsere Sovereinheit, auf jeden Fall. Danke. Ich bin froh, dass dieses Episode übernommen ist. Danke nochmal für dein Polo und wünsche auch schöne Ostern, falls wir uns jetzt nicht mehr sehen sollten die nächsten Tage. Bis dann. Ich habe den noch nie bei mir zu Hause essen sehen. So, das haben wir hier schön jetzt. Sieht aber nicht gut aus. Das auch nicht. Und das auch nicht. Warte, der Strich. Nein, 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 nein. Okay. Easy. Das war Abreden mit Ginger um 22 Uhr. Okay. Wie sieht's questtechnisch aus? Ganz gut. Wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Genau. Mal kurz gucken wegen Kohle. 109? Ja, geht noch. Ja, geht noch. Ja. Ja, geht noch. 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 Ja. Ja, geht noch. Ja. Ja, geht noch. von gestern. Die Schinken. Und zwar eine Milchflasche. Und zwar eine Milchflasche. Wieso wird die Tarn er jetzt schon? Lass mal gucken ob wir da irgendwas machen können. Lass mal gucken. Warum werden manche Sachen nicht gemacht? Achso. Ich weiß warum. Deswegen. Mit jedem Lager nicht mitziehen. Dann. This thing. Ich weiß. Ich weiß. Das war's für heute. So viel brauche ich gar nicht mehr, aber machen wir mal trotzdem... Ach du heiliger Bimbang, nur noch 40. Was denn da passiert? Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Keine Ahnung wieviel ich gerade herstelle, aber auf jeden Fall genug. Wird cool, wenn die Ressourcen da gleich abgezogen werden, wirste, aber... ...weil zu viel des Guten. So, questtechnisch haben wir alles. So, mit Merlin kurz quatschen. So, mit Merlin. So, mit Merlin. 300 ist nix. So, was sagen meine Taschen? Wenn die Taschen sagen, sieht eh aus. Zwei, drei Sachen können wir noch wegkauen. Wir müssen da nicht wirklich drin sein. So. So eine Kekse habe ich bisher gar nicht gehabt. Sechs kleine Dolche habe ich jetzt schon. So. 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 Wir sehen. Für uns. Jetzt hat der Rallo schon wieder weg. Ja, das können wir jetzt heute nur so großartig machen. Wann nochmal diese neue Höhle, wo wir Titan sammeln konnten? Wann das nochmal? Hier oben war das, ne? Wie ist der Moorruin? Oh, das ist aber ganz anders schon wieder. Stimmt. Das können wir eigentlich umerfährlich machen. Gucken, wie weit das runter geht. Gucken, wie weit das runter geht. Gucken, wie weit das runter geht. Ich bin ja da beide so ungünstig, wa? Gucken wir mal. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Gucken wir mal die guten Sachen hier vorne. Ne, will doch keiner singen. Wann nochmal? Äh, 22. Okay. Du darfst dann meine Verabredung nicht verpassen. Gut. Wann wieder? Uw. Für den Gregor. Dann etwa. Saphire sind immer ganz gut. Der Boss. 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 Ja, ich war umgedreht. Seht ihr, bin die scheiß Stelle mit dem Springi, denn den müsst ihr einfallen lassen. Ja, ich habe es nicht aufgehört, wenn ich hier so... äh, Munition fallen müssen. Ich glaube. Ich kann ja so durchballern, ne? Ja, 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 ich kann ja so durchballern, ne? Oh, meine Verabredung ist ja schon, ne? Ja. Ja, fast. Also den, den können wir hier noch machen. Und dann geht's Rangus. Ja. 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 Ja, wir sind wieder raus. Haben ja gut was geschafft. Ja. 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 Hey, Ginger Babe. Abredung beginnen. Hast du zu irgendwas Bestimmtem Lust? Ich komme einfach mit. Wow. Also so wie sonst auch immer. Okay. So wie sonst auch immer. Umschlüssel. Kann man damit eigentlich irgendwas machen? Irgendwie weiterverarbeiten oder so. Okay. 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 So um 20 Uhr. Okay. 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 Das ist schon ein Büro, nehmt. But it has taught me to live each day to the fullest. Uh-huh. Sometimes a little too much. I can... Ichinheiden. You really don't have to. Thank you for the thought, though. Papa told me stories about him and Uncle Russo during the war against Dubose. I mean, war is cruel. Brother Geos Charles, we have to give you that... Don't forget to have a special day dough alone anyway. ...you said something like this. harte 26 punkte meine bitte mein kind fast fünf sterne und akke ist auch schon fast voll morgen hat sonja geburtstag kriegen wir doppelte punkte hatten die noch mal gemacht diese diese unser vier hals ketten noch nachgucken kann man doch nachgucken irgendwas im kopf immer so ich kann ja genau ein bisschen muni herstellen lassen dafür brauche ich karbonstahl deswegen wird da so viel weggenommen es muss man ja richtig viel karbon herstellen und es geht schon wieder los so Das war's für heute. 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 Der letzte fish.